hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von vorgeist bei den letzten folgen war ja immer schlecht und auch von team order ich hoffe das hat sich alles gebessert nicht dann muss noch mal schauen das alles am einen tag aufgenommen ist es dann nicht aufgefallen das ja alles an kart videos waren weil ich nicht so viel zweiter läuft ganz gut was ganz gut hoch 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 nein 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 cool das war knapp der auf das könnte wirklich in erster platz werden und das wird es tatsächlich auch schön schön wirklich schön also so kann doch eine folge starten was ist denn ich schaue mal so ganz gerne so skins rum ich habe ja folge schon länger da habe ich jetzt ja relativ viele von diesen münzen da ist ja lustig aus normale boden weil ich kann jetzt mal hier abmischung schauen sollte aber eigentlich passen wenn ich dann ja ich spiele jetzt erstmal naja wir sind dann in der nächsten runde wahrscheinlich weil ich habe es kann dass das jetzt zu warten ist immer so kompliziert habe doch auf pause gedrückt so als nächstes folgt der schleimkraxler vollfeld also wieder was mit rollen rufel ist fanny schütze festhalten wenn sie mit den hüten an die mit der tastatur spielen gibt es ja vielleicht sehen wie macht ihr das mit dem greifen macht ihr links maushaust und rechte maushaust oder macht ihr mit shift und steuerung das ist noch wie ehrenlos wirklich ehrenlos naja 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 ich weiß dann ich weiß ich weiß ja nicht okay sehen wir uns in der nächsten folge wieder folge das heißt folge runde natürlich wenn ich bin ja ganz durch den wind da sind wir wieder bei den wippen die wippen gegen einen klippen war das ich will auch der erste platz sind ja ganz gut positioniert unnötig okay das haben wir jetzt geschafft meins blöde also im pulk laufen ja ja schon hier so ne los allem auch nach runter ja geh doch mensch ja finally hochmann ich kann ja auch nichts dafür ihr seht doch dass das nicht funktioniert ach mensch 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 da schaffe ich noch da schaffe ich noch ja das war close but it's good ich bin nicht runter gefallen okay es wird keine top platzierung vielleicht noch top 20 soll es aber dennoch sein und wenn jetzt glaube ich 10 12 ein bisschen dem bereich naja naja wir sehen uns im nächsten game wieder hat jetzt schon eine weile gedauert da stehe ich unten rechts und man mich hat auch gespiegelt und links eins von beiden ich weiß nicht ob ich das eventuell gespiegelt habt im bildschirm das habe ich weiß ich habe es mal eingestellt und habe es dann vergessen oder ich kann mich daran erinnern es umgestellt zu haben das werdet ihr dann sehen ja das rollfeld eine lange und schmerzhafte vergangenheit ja auf ein gutes neues was auf ein gutes halten einfach bei jemandem fest das war knapp das kann ja machen was ist manchmal fanny was nicht mache ok gut was schon da passiert ok das war jetzt schon sehr schnell das habe ich nicht erwartet so top 23 es ist doch was als nächstes folgt im team spiel neben kanon das ist auch ganz lustig so ähnlich wie rollfeld weil ich jetzt ja wie ich denke ich mein gott ja es ist einfach witte mit einer kanone ich glaube es gibt bis zu fünf kanonen oder ich meine ich meine im final oder sowas keine ahnung oder dino verdienen sich aus sich festhalten wo es fällt alle runter fällt alle runter müssen wir aber nur noch sechs oh 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 not good not good ja ich bin safe ich bin nicht safe naja ich traue mich nicht da hin zu blicken noch einer und der ist hoffentlich nicht ich immer so anlackig wenn meine letzte ist da rausfliegt ja schön sind wir jetzt top 20 sind die dios raus ein dios glaube ich weiter und einer raus schau dieses dieses was ist das denn jack sieht ja fresh aus ich hoffe dass es gibt es irgendwo mal und das ist nicht allzu viel kostet der wirbel ach mensch habt ihr nur solche spiele oder was irgendwas mit dem oder wirbel sind oder rollfelder das ist so nervig also der wirbel ist echt nervig aber ich hoffe mal dass er möglichst schnell wenn leute rausfliegen das werde noch nicht gespielt haben oder irgendwie sowas fünf müssen raus müssen rausfliegen ja schön ja meine hoffnungen wurden tatsächlich erfüllt das gibt es doch nicht einmal wenigstens ok wir kommen dem finale näher wir kommen wahrscheinlich noch im spiel könnte ein teamspiel sein 3 3 3 3 ich nehme ich nehme jetzt glaube ich mal beim höchstens 4 4 4 aber na gut als nächstes nicht die nicht das nicht das das ist so random oh schon die letzte runde oh mal die bergspitze old richtig die oldies ok mit shift dann greifen nicht vergessen ich lege schon mal meine hand drauf für die oldies hier was nervös 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 let's go ins finale oh guter start von uns guter start das sollten wir abpassen ja schön läuft gut läuft gut ja 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 schön gepusht ausgewichen ja 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 krone greifen die muss aber unten sein ne bumm schön gemacht welch stolz auf mich ja ja ich gebe mein bestes so blöd für alles jawoll schön gemacht schön gemacht musste ich mich mal selber loben da ist die krone da ist die krone oder was ist das muster so ist mal aus ja sieht man sowieso nicht ok haha schön 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 ok dann gerasen wir nochmal den shop ab was es da so gibt glücksstrahlen oh ja es bin ich winke winke brauche ich nicht das wird na schade äh frosch nee ich finde die palme super ähm ich habe einen neuen emoting richtig krass ich kann euch mal zeigen äh da warte mal welche war das das ist der ist cool äh das hier da habe ich den wurf ja halt das ist glaube ich so standard ja das ist standort oder was ist das hier jubel verschiedene jubels ne kommen das sieht schon cool aus okay dann das habe ich auch geschlossen mir läuft auch ganz gut dann war verabschiede ich mich für heute ich hoffe es mit dem ton ging wenn nicht dann leichter hoch wahrscheinlich nicht bis damit mal nochmann hat